An alle aus Erfurt, es gibt noch 30 Tickets für die Erfurt Show, mehr als für Dukatio, dann ist es sold out und es kommt auch keiner mehr nach, deswegen 30 Tickets, einfach hoch swipen, ich freue mich auf euch den Riga, ihr seid die Besten. Oh nein, ich bin ja wieder auf.